. So, auf geht's mit der neuen Folge Tabu. Heute haben wir zu Gast Hoffi, Joel, Michi und Hummel. Und dann fangen wir gleich mal an. Wer schießt unsere Abschüsse? Salih. Torwart. David Saalfeld. Torwart. Gegner schießen sie aus. Einwurf. Eqbal. Abschluss. Danke. Inter Mailand ist in welcher Liga? Serie A. Von Asbach zu Homburg ist ein. Wechsel. Transfer. Wir hatten gestern ein. Testspiel. Stopp. Sag schon Bescheid, weil ich los kann. Bayern gegen Dortmund. Spitzenspiel. Anderes Wort. Topspiel. Die Mannschaft wird meistens von wem angeführt? Kapitän. Nee, der wo noch höher steht. Trainer. Haben wir extra Bilder für gemacht. Was wollen wir? Gewinnen. Aufsteigen. Meisterschaft. Was substantiv für Aufsteigen? Aufstieg. Wenn wir irgendwo hinfahren, dann haben wir ein. Was wird das Spiel? Hat Joe schon ein paar Mal gekriegt und du auch. Gute Karte. Ja, bravo. Hat man Corona-Zeit oft? Corona. Scheiße. Scheiße. Ähm. Man kann. Zwei, vier, fünf. Aufhören. Aufhören. Bitte. Kommt immer dienstags? Champions League. Goat. Messi. Ronaldo. Wenn man am Tor vorbeischießt, dann gibt es einen. Abschuss. Wenn der Tor hat hält. Was? Wenn der Tor hat hält und der Ball geht es aus. Eckball. Ähm. Was anderes als EM. WM. Ähm. Boah, das ist nicht das Rote, Alter. Ähm. Bei Bayern ganz hinten spielt. Neujahrs. Da muss Götz und Armani ganz oft Geld reinstecken. Geld? Amor. Ach. Mannschaft ist gerade verletzt. Ähm. Ist gerade verletzt. Bei uns in der Mannschaft. Matt. Ähm. Da ist zum Beispiel Hoffi drin. Und noch ein paar andere Spieler. Mannschaftsrat. Ähm. Da... Na fuck. Der muss gucken bei dir. Pauline muss stark gehen. Restaurant in Hamburg. Potevilla. Moja. Ja. Stopp. Denk mal. Ist okay. Ähm. Wenn jemand gefoult wird im Strafraum. Elfmeter. Strafstoß. Und nach dem Spiel. Wenn es unentschieden steht, dann gibt es... Elfmeter schießen. Ähm. Spielt Heidenheim. In welcher Liga? Der zweite. Liga. Ähm. Ähm. Wenn das Spiel vorbei ist. Dann haben wir meistens... Gewonnen. Sieg. Ähm. 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 Blöde. Argentinien gegen... Brasilien. Nee. Im Finale. Genau. Boah. Das ist ein Steinweg. Ähm. Wir waren im Sommer wo? Ähm. Allgäu. Ja. Und haben... Ja. Du mal packen. Ja. So krass bist du jetzt. Pauline. Das wird schon alles gekattet. Geschnitten und so, oder? Na klar. Wir packen hier und da ein paar. Hier und da auf. Auf. Auf Takes und so. Was machen wir? Warum ist das? Schaut weg. Schaut weg. Ich kann es mal langsam sagen. Schaut weg. Schaut weg. Wer macht den Presskonferenz? Wer sitzt vorne? Pauline. Nein. Trainer. Ja. Wie heißt er? Timo Wenzel. Ähm. Bayern. Dortmund. Spielen in welcher Liga? Bundesliga. Ja. Wiegerstädter. Oh. Was? Ähm. Ähm. In unserer Dusche. Nach dem Training. Gehst du rein. Wegen der... Schweiß. Nee. Schweiß. Was? Dieses grüne... Digger Boden. Nicht unsere Chance, Bruder. Unsere Chance. Scheiße. Eistonne. Da gehst du rein. Schweiß. Ey. In die Dusche. Eistonne. Los. Ähm. Joel ist. Im Spiel. Mittelfeldspiel. Ja. Die Bezeichnung. Ähm. Dortmund hat das Ganze auf der Südkurve vorm Spiel. Choreo. Ähm. Was schauen wir immer? Sonntags. Äh. Sport 1. Äh. Doppelpass. Ja, genau. Ähm. 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 Wo wir trainieren? Dort der Teils Sportanlage. Ja. Und das unten. Waldstadion. Jawoll. Ähm. Johannes. Busfahrer. Ja und das Ding. Mannschaftsbus. Jawoll. Ähm. Der hat immer einen geilen Spruch auf dem Lager. Wenn der Freund da reinkommt, egal wo. Petrak. Nein. Der ein bisschen älterer Herr. Äh. Michi Koch. Jawoll. Ähm. Hast du gemacht gegen Mainz? Notbremse. Ja. Ähm. Bäschen. 4, 6, 7. Start. Jetzt hab ich den Kollegen. Ich würd sagen, bester Mann da haben. Das ist ein Beto. So. Auf geht's mit einer neuen Folge Tabu. Heute haben wir zu Gast. Lukas Hoffmann. Joel. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Nee, so fang mit dir an, Digga. Endlich sagst du direkt hoch. Du hast auch deinen Namen nicht gesagt. Jungen, guck mal, ihr macht jetzt eine Wissenschaft. Ziemlich, Alter. Aber ich will nur ganz kurz sagen, Messi ist der Gold. Nee. Auf und auch. Hast du das ja reingeschenkt? Hast du das ja reingeschenkt? Das ist kein Zufall. Kindlich, Alter. Ja, die Wege. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wollte ich einfach sagen, es gibt... Ja, ich bin nett. Wer kommt denn mit Substanziv? Das ist eine sehr belegende Gruppe. Trinkt.